Gesetzt den Fall, es gibt keinen Gott. Wer leidet dann die Menschen und die Welt? Das macht der Mensch selbst. Wer hat behauptet, es gebe auf dieser Welt keine wahre Treue und ewige Liebe? Bitte keine Gefühlsausbrüche! Willkommen im Varieté-Theater, dem zweiten Wohnzimmer der Moskauer. Und hier, das ist für Sie, für Ihre Mühe. Das ist verboten. Haben sich die Menschen in ihrem Inneren verändert? Eine äußerst wichtige Frage. Wer hat sich gar nicht? Ich bin eben gut für die, was ich? Ich bin eben gut für die, was ich? Ich bin gut für die, was ich?